Was? Das ist gut. Ich sitz doch. Ach mag ich. Wie viele sind denn ausgeteilt? 16,7,3. 16,7,3. Wie war die dritte? Ja. Hä, bei 13 Leuten? Ja, bei jeder. Ja, da hab ich 16. Boah, okay. Obwohl, ich bin ja schon... Dritter. Also mindestens 300. Ja. 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 Also, da hab ich übernommen. Ja. 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 Stabil. 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 Stabil am Bienen. Stabil. Ja. 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 Ja, ich mach es. Ich hab es so blöd, dass du schon in Winterspeine kommst. Weil dann hast du so viel... ...nicht zu spielen, ne. Ist okay. Ich könnte noch einigermaßen sagen, glaube ich. Ohhhh! 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 Ja! In der Beschreibung und... hab ich gefickt. Ist das jetzt ein Übergreif? Ja. So wie das letzte Mal. War ja auch Übergreifen. Ja. Uiuiui, okay. Maxi, muss ich hier was ausdenken langsam? Oh, Schein! Er hätte direkt Schein können, dann wäre er fast tot gewesen. Kannst du auch Schein machen? Ja, aber Schein geht dann nach oben. Da, jetzt. Und das kann er halt mit der Downer kommen. Hat er nicht geklappt gerade, aber... Genau, der hat ja das gleiche im Prinzip, aber halt von oben nach unten und nicht von links nach rechts. Maxi sucht nach seinem großen Opening, aber sieht gerade schlecht aus. Die Kombos von Falco sind halt immer vertikal und bei Volkswagen auch nicht total. Obwohl das stimmt nicht, Volkswagen-Kombos in alle Richtungen. Ja. Und Falco auch. Ja, Killmove ist halt ungefähr genau. Und das war es der erste, relativ komfortabel, Mann des Geldes. Geldboy. Geldgebohr. Die Inkarnation von Moneyboy. Guck da, hier hast du dich angesehen? Ja. Jetzt schon wieder. Ja. Ich erkenne es dir vor, aber ich habe noch nicht gesehen, dass es... Aber wurde... Doch, immer hier. Die ganze Zeit, die ganze Zeit bei der Skript und dann... Das ist immer noch so scheiße. Was? Das möchte sie nicht von Microsoft glauben. Ja. Das ist immer noch so scheiße. Ja, weil die halt kein Geld... Das ist immer noch so. Die möchten einfach nur das Geld holen. Sie investieren halt nicht. Ich würde sagen... Aber komisch, dass Ivo noch benutzt. Das war ein Faktuell. Ja. Also ich habe hier das einfach mal lag und dann ist irgendwas passiert. Ja, er geht dann mal hinterher und lag. Go to work. Please head to work to prepare for your match. Niklas, pass auf, dass du nichts von dahin gehst. Nee, 2-0. Klar. Schon wieder? Da, guck mal. Schon wieder. Da. Siehst du dich jetzt? Ja. Ich habe 2-9. Das ist immer mal der andere Befug von Madame. Was macht ihr denn jetzt? Nee, das macht ein bisschen dumm, tatsächlich. Also du willst ihn einmal hoch starten und dann meistens eigentlich wieder runter holen. Oder halt begleitend mit den Plattformen mit ihm hoch gehen. Aber das ist halt ein bisschen schwierig, weil irgendwann hast du dann keinen Platz mehr und dann ist er einfach raus. Du kannst was super cooles damit machen, aber das ist halt nicht so optimal. Ich habe gemacht, damit man halt nicht startet, bevor man sich... bevor man annimmt. Ich muss halt nichts mehr sagen. Oh. Es gibt keine irgendwie Zeit, wenn man das mal nehmen. Dann muss ich mein Glas weggebrochen. Das ist halt zu dumm, dass man keine Belastung macht. Ja. Nee, alles gut. Das müssen die eigentlich noch machen. Oh, eine Paule-Kombo? Ja, alles gut. Es gibt ein Paule-Kombo und eine Paule-Kombo, ne? Boah, fuck, ey. Aber eine Paule-Kombo ist einfach alles, was Paule macht. Ja, und das ist einfach alles, was kann. Let's go, let's go. Oh. Oh, das war's. Nein. Nein. Okay, das... Oh. Oh, die Eier. Nein. Oh, mein Gott. Das fucking... Frenzenberg-Klicker. Das ist eine Paule-Kombo. Das ist eine Paule-Kombo. Das ist eine Paule-Kombo. Das ist eine Paule-Kombo. Jede Kombo, die um mir als fuck ist und killt, ist eine Paule-Kombo. Und jede Weak reverse-quare zu der ist eine Paule-Kombo. Naja. Das muss jeder selber wissen. Das war ein Tech-Chase. Das war ein Tech-Chase-Absolut. Genau. Egal, Paule. Fox kann aus jeder Option, wenn er am Boden liegt, auf Reaktionen abfahren. So lange er liegt. Lass ihn wieder jetzt. Das war ein Tech-Chase. Das sind Chain-Grabs, genau. Genau. Das ist genau das gleiche, bloß halt eben auf jeweils anderen Charakter. Thank you so much, Soundy. Wollt jemand, äh, subscribe oder was? These graphics are so cool. Ey, sie sind wirklich cool. Maxi mit dem zweiten Stock, ohne auch nur etwas Prozent zu nehmen. Also nur ein bisschen. Das guckt sich jetzt Geldmann nicht weiter an. Hand genug. Oh! Die Prozente guckt jetzt nicht weiter an. Nein, ich meine, das guckt sich nicht weiter an. Das mag sie da unbeschalten. Unbeschalten. Und das war's. Oh! Und wenn du da so ein bisschen in der Luft den erwischst, dann ist er einfach tot so zum Beispiel. Ja, so. Oh! Ja, ja. There we go. Scha-Lotten-Burg. Eine Minute zehn, Alter. Bibi. Das war kein Game. War das God-Time? Komm um den Strecker. Komm um den Strecker. Auf Crash Cove ist das sogar Weltrekord. Das war ein Letty. Und wieder... Oh! Oh, das war's. Alter, das ist okay, Alter. Max macht nicht die Jacke aus. Max spiel' ein bisschen gemein gerade. Oh, mein Go, Paul. Oh, mein Go, Paul. Gemein sein? Gemein spülen? Ja. Ein bisschen Anhalt von der Plattform schumpen, das sehe ich grad nicht. Na, wenn man kann, das dann auch cooler... Oh, mein Go. Sausend. Okay. Dann würden Sie bitte von der Plattform... Ja. Darf ich die Wippen von der Plattform zu verstehen? Das ist nett. Das ist nett. Also dieser Schein, der ist schon ein bisschen Dishonest, ne. Uuuuh, oh mein Gott. Aber er steckt unentschieden, Spaß zu Spaß. Was hast du Spaß? Oh, das ist Tech-Chase, Tech-Chase. Nochmal Tech-Chase? Ah, ne. Ich glaube, er wollte aber. Na, er will ganz hier mit so, mit hohen Sprüngbillereien, äh, der Maxi. Das war's. Maxi, wieder mal mit einer starken Führung. Ein Stopp. Naja. Das war dominant aber, der letzte. Er hat Momentum. Wer gibt's noch? Oh mein Gott. Uuuuh. Naja, okay. Naja, okay. Man merkt, wer für wer ist. Und Katrin, viele Prozente sind sie. Muss man auch so. Ich würde das, denke ich, relativ neutral. Ich hab Geld meine Beine nicht zu sehen. Ich bin für den. Ich bin, ich bin für den, ähm... Der Messer-Spiel. Für den... Oh! Erwischt, Digga! Oh mein Gott! Das ist... Das sind Gamer. Das sind Giga-Gamer. Packchance. Oh, das waren Packchance. Okay, Paolo. Besser 5? Besser 5, ja. Du könntest auch Best of 3, je nachdem. Eigentlich können wir jetzt selber entscheiden. Oh! Ich dachte kurz, da kommt ein Paolo-Combo. Aber nein, das würde ja nie. Ich glaube, da kommt jetzt ein Maxi-Combo. Paolo. Paolo. Ohohoho! Paolo! Paolo! Dang! Hab's vergessen, leider. Oh, okay. Du bist gerult. Oh! Was warst du? Ey, ich will jetzt ruhig gucken. Aber...